Bautzi! Hallo! Hallo Freundin von Hofer Hofer. Das sah so zottelig aus. Wir können den Kreis ein bisschen aufmachen. Ja, mach hier so hin und dann kommt hier. Ich komme ein bisschen zu Hugo. Wie lange habt ihr euch jetzt nicht gesehen, Hugo Merle? Was ging bei euch? Stimmt! Ihr seid sozusagen so Ex-Partner, oder? Wir sind jetzt Homies. Seid ihr getrennt jetzt? Habt ihr euch einen guten getrennt jetzt? Wir haben uns im Glück, oder? Ja, boah. Der redet gar nicht mehr mit mir. Wirklich Leute, das ist komplett unangelegen, Alter. Holy Shit. Boah, ihr macht mich so fertig weiter, wirklich. Digga, was willst du, Alter? Guck mal, das ist ein Hundi! Wir müssen kurz ins Wasser gehen, weil sonst zu warm. Ich komme gleich wieder. Ja, geh mit, Hugo. Ihr habt einfach nur gedatet in einem Hugo-Format, aber es hatte gerade wirklich den Vibe, als hätten sich so zwei Leute, die so mal was gehabt... Was heißt in einem Hugo-Format? Äh, in einem Revi-Format, meine ich. Aber es hatte wirklich den Vibe gerade, als wärt ihr mal zusammen gewesen oder so, und ihr seid jetzt... Digga, weil ihr es so macht? Nein! Natürlich! Nein, weil ihr es so macht. Ach so, Digga! Können wir schwimmen? Guck mal, jetzt lenkst du vom Thema auch noch ab. Oh mein Gott, Digga! Aktiviert der